Schauen die Bewerber in der Pflege bei Ihnen nur noch aufs Geld? Geht es in Forschungsgesprächen immer wieder um das Thema Gehalt? Oder kriegen Sie Absagen, weil sie sagen, hey, ich habe mich für eine andere Stelle entschieden und irgendwie ging es immer ums Geld, 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 ja? Wenn Sie diese Probleme kennen, dann bleiben Sie unbedingt dran, weil jetzt sprechen wir darüber auf, wie Sie das Ganze lösen können. Mein Name ist Michael Moskal von pflegekraft.de und wir haben mittlerweile über 200 Unternehmen geholfen, in der Pflege mehr Personal zu gewinnen. Pflegefachkräfte, Pflegehelfer, Pflegekräfte mit einjähriger Ausbildung und, und, und. Auch Leitungspositionen, egal was halt gerade Ihr Betrieb, Ihr Pflegeheim, Pflegedienst oder Krankenhaus benötigt. Und in diesem Zuge haben wir natürlich einen riesen Erfahrungsschatz, ja? Und wir sprechen regelmäßig mit unseren Klienten und schauen uns eben die Situation an, die Herausforderungen an, gerade was interne Bewerbungsprozesse betrifft, ja? Also die Lösung ist nämlich nicht immer einfach nur mehr Bewerbung zu generieren, sondern man muss sich immer anschauen, okay, was passiert unterwegs? Was passiert in der Erstkontaktaufnahme? Was passiert im Vorstellungsgespräch? Was passiert im Probetag? Und das ist halt jetzt so ein Thema im Vorstellungsgespräch, wenn Sie das immer wieder bekommen, es geht ums Geld. Die Leute haben gewisse Forderungen, utopische Gehaltsvorstellungen. Da müssen Sie sich die Frage stellen, okay, warum habe ich die ganze Zeit genau diese Leute in diesen Gesprächen sitzen? Weil es heißt nicht, dass jede Pflegekraft, jede Pflegefachkraft diese Anforderungen hat, sondern es bedeutet einfach, dass Ihre aktuelle Sichtbarkeit oder Ihr aktuelles Personalmarketing dafür sorgt, dass Sie genau diese Art von Leuten anziehen. Ich gebe Ihnen einfach mal ein Beispiel. Wenn es in Ihren Vorteilen, wenn es in Ihrer Stellenanzeige die ganze Zeit um Geld dreht, wenn es die ganze Zeit um irgendwelche Zuschüsse geht oder Sie haben einen Tarifvertrag und dann gehen Sie ganz, ganz viel auf diese Details ein, welche Gelder man da bekommt etc., dann werden Sie zwangsläufig oder kann es dazu führen, dass Sie halt immer mehr von den Bewerbern anziehen, die auch die ganze Zeit nur auf das Geld gucken. Das ist das eine Thema. Das andere Thema wäre zum Beispiel Ihr Marketing generell. Also wie sind Sie aufgestellt, dass Sie halt gewisse Pflegefachkräfte dazu bringen, sich mit Ihnen als Arbeitgeber zu beschäftigen? Also wie versuchen Sie die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen? Und was erwähnen Sie halt die ganze Zeit in diesem Personalmarketing? Also egal, ob Sie Werbung schalten in den sozialen Medien, egal, ob Sie Werbung in anderen Plattformen oder auf anderen Wegen eben schalten, dass Sie halt die Aufmerksamkeit bekommen, was kommunizieren Sie da? Weil mit dem, was Sie dort kommunizieren, können Sie ganz klar beeinflussen, welche Bewerber möchten Sie anziehen? Ja, welche sollen in Ihren Bewerbungsprozess kommen? Wer soll sich angesprochen fühlen? Wer soll am Ende diese Bewerbung abschicken und wer nicht? Ja, wen wollen Sie bewusst abstoßen? Wen wollen Sie, wenn Sie die ganze Zeit nur aufs Geld gehen, dann werden Sie halt genau diese Leute bekommen? Und vielleicht wollen Sie gar nicht, dass die Leute, die sich wegen Geld die ganze Zeit bei Ihnen melden, wollen Sie gar nicht anziehen. Dann können Sie auch dafür sorgen im Personalmarketing, dass diese Personen sagen, ah nee, da bewerbe ich mich nicht. Und das ist auch mal der richtige Weg. Ja, es geht nicht immer nur darum, möglichst viele Bewerber zu bekommen. Es geht darum, die richtigen Bewerber zu bekommen. Es geht darum, die geeigneten Kandidaten zu bekommen, die Sie letzten Endes auch erfolgreich einstellen können. Also fragen Sie sich immer, wie sind Sie im Personalmarketing aufgestellt und was führt vielleicht gerade dazu, dass Sie genau diese Art von Bewerber anziehen? Also hinterfragen Sie auch die Quellen und wie sind die Quellen, woher die Bewerber kommen, dementsprechend strukturiert. Wenn Sie jetzt ganz normal Werbung schalten auf normalen Plattformen, dann können Sie das alles beeinflussen. Ja, da können Sie ganz genau darauf achten, wie kommunizieren Sie, wen möchten Sie anziehen, wen möchten Sie abstoßen, wer soll im Bewerbungsprozess landen? Wenn Sie aber auf gewisse Dienstleister zum Beispiel zurückgreifen, die für Sie unabhängig von Ihnen als Arbeitgeber die Bewerber generieren, also als Beispiel, dass die selber die Bewerber generieren und die an verschiedene Unternehmen weiterleiten, dann müssen Sie sich immer die Frage stellen, okay, mit welchem Ziel kommen die Bewerber zu diesen Dienstleister und wie kommt dann vielleicht auch immer dieses Thema vor? Also wenn Sie da halt unterscheiden, durch welche Quelle kommt dieser Bewerber, dass Sie dann gucken können, können Sie Einfluss auf diese Quelle nehmen? Also in dem Fall, wenn Sie irgendwo Werbung schalten, können Sie das, dann können Sie das maßgeblich beeinflussen. Wenn es aber durch einen Dienstleister kommt, der gar nicht in Ihrem Namen wirbt oder der gar nicht Werbeanzeigen für Sie zum Beispiel erstellt oder Ihr Unternehmen attraktiv darstellt, sondern eigenständig die Bewerber akquiriert und dann versucht sie irgendwie weiterzuleiten an Sie und vielleicht auch an mehrere Unternehmen, dann können Sie darauf keinen Einfluss nehmen und dann ist das vielleicht nicht die passende Quelle, die Sie gerade brauchen. Wenn es jetzt auch für Sie nicht funktioniert, wenn Sie die ganze Zeit diese Gesprächsthemen haben, wo es immer nur um Gehalt geht, dann müssen Sie das in Ihrem Personalmarketing vorne beeinflussen. Das können Sie auch und Sie können genau die richtigen Leute dazu bringen, sich bei Ihnen zu bewerben. Weil die Leute, die wirklich jahrelang irgendwo arbeiten, die immer ein gutes Team haben wollten, die wirklich das Ganze aus Leidenschaft machen und nicht halt eben wirklich nur aus dem Thema Geld, vielleicht sind Sie auch gar nicht auf das Geld angewiesen. Es ist natürlich immer gut, mehr zu verdienen, aber es gibt ganz viele Leute, die sagen, hey, ich mache das, es macht mir Spaß, ich möchte das machen, ich mache das hier nicht wegen dem Geld, ich bin auch vielleicht gar nicht darauf angewiesen und diese Leute wollen Sie darauf anziehen, weil die dann zum Beispiel merken, okay, es ist nicht so wie in den letzten Jahren hier, hier wurden immer mehr Leute eingestellt bei mir im Betrieb, die einfach nicht passen, die machen die ganze Zeit krank, ich muss die ganze Zeit einspringen und so, ich arbeite hier und es macht mir Spaß, aber ich muss die ganze Zeit, ja, das abfangen, was die schlechten Leute halt hier fabrizieren und glauben Sie mir, davon gibt es eine Menge Unternehmen in Deutschland in der Pflege, ja, ob es Pflegeheime, Krankenhäuser oder Pflegedienste sind und das können Sie beeinflussen, dass Sie genau diese Leute anziehen, aber dann müssen Sie natürlich andere Botschaften nutzen, um diese Leute zu erreichen, die erreichen Sie viel mehr über Inhalte über Sie, Inhalte über Ihr Team, Inhalte über Veranstaltungen, die Sie machen, das können Sie alles wirklich konkretisieren in Ihrem Personalmarketing an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit und dann bekommen Sie natürlich auch mehr Bewerber dieser Art und das ist das, was Sie haben wollen. Also wenn Sie bisher noch keinen Weg haben, wie Sie wirklich Ihre eingehenden Bewerbungen beeinflussen können, wer reinkommt, mit welchen Rahmenbedingungen, mit welchen Wünschen etc., also wenn Sie Herausforderungen haben und das nicht zurückspiegeln können, dass sich dann was ändert, dann haben Sie ein Problem, weil dann werden Sie immer mit Bewerbern zu tun haben, die einfach nicht passen, es ist immer von Zufall abhängig, Sie drücken hier ein Auge zu und da und haben immer mehr Leute im Team, die einfach für diese Unruhe sorgen und für diese Stimmung dann letzten Endes sorgen. Und wenn Sie darüber mehr erfahren möchten, dann schauen Sie unter www.pflegekraft.de vorbei und genau sowas machen wir nämlich mit unseren Klienten. Wir können diese Bewerberqualität beeinflussen durch gewisse Maßnahmen und da können wir gerne mal intensiver miteinander sprechen, aber wichtig für Sie an dieser Stelle, kümmern Sie sich um Ihr Personalmarketing, kümmern Sie sich darum, dass Sie die richtigen Bewerber anziehen, egal über welchen Weg, aber Sie müssen halt dieses Verständnis dafür haben, dass Sie diesen Einfluss nehmen können. Das ist nicht vom Zufall abhängig, sondern das, was Sie nach außen kommunizieren, führt dazu, dass Sie genau diese Bewerber in Ihren Vorstellungsgesprächen haben. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Bis zum nächsten Video. Ihr Michael Moskau von Pflegekraft.de